Das ist Michael. Michael spart schon seit einigen Jahren brav jeden Monat in einen Bausparvertrag und eine Lebensversicherung ein, weil er glaubt, dass dies die sicherste und auf lange Sicht die attraktivste Art ist, sein Geld anzulegen. Das ist Klaus. Klaus hat sich von einem unabhängigen Spezialisten ausführlich beraten lassen und hat sich dann für ein anderes Modell entschieden. Klaus hat sich eine Eigentumswohnung gekauft, die er vermietet hat. Klaus ist sich sicher, dass diese Art der finanziellen Vorsorge die beste Alternative ist. Aber wer hat nun Recht und wer von beiden erwirtschaftet denn nun wirklich die bessere Rendite? Michael spart sein Geld regelmäßig in einem Bausparvertrag und in einer Lebensversicherung an. Somit investiert er in reine Geldwerte. Da ein Bausparvertrag und eine Lebensversicherung überschaubare Zinsen und Gewinnüberschüsse versprechen, wirkt sich der Wertezuwachs verhältnismäßig bescheiden aus. Wenn Michael dann über sein Guthaben verfügen möchte, sind zusätzlich Steuern für erwirtschaftete Zinsen fällig. Und die Inflation ist auch noch nicht berücksichtigt. Gehen wir nämlich von einer durchschnittlichen Inflation von 2,5% aus, dann sind 70.000 Euro heute in 20 Jahren nämlich nur noch 42.718 Euro und 97 Cent wert. Klaus dagegen macht es wie vermögende Menschen und hat sich für den Kauf einer Immobilie entschieden, die er vermietet hat. Durch den Kauf einer Immobilie investiert Klaus in einen Sachwert. Da Immobilien in der Regel nicht der Inflation unterliegen, sondern ihren Wert oftmals noch steigern, ist hier der Wertezuwachs deutlich größer. Durch die zusätzlichen Mieteinnahmen und die Steuervorteile, die Klaus bekommt, kann er sogar die Darlehensraten und die Nebenkosten im optimalen Fall komplett hieraus bezahlen und hat somit keinerlei monatliche Aufwendungen zu tragen. Wenn Klaus seine Immobilie dann in 20 Jahren verkaufen möchte, hat er bereits einen großen Teil seines Darlehens getilgt und profitiert zusätzlich vom Wertezuwachs der Immobilie. Das Ergebnis, eine Rendite, die sich wirklich sehen lassen kann. Wenn auch Sie Ihr Geld unabhängig von Börsenkursen und Zinstiefs rentabel und sicher anlegen und vermehren möchten, machen Sie es wie Klaus und alle anderen vermögenden Leute und investieren Sie in Immobilien. Um die richtige Objektauswahl zu treffen, lassen Sie sich auf jeden Fall von Spezialisten beraten. Diese sorgen nicht nur für eine professionelle Abwicklung, sondern auch für eine Top-Standortauswahl und eine ausführliche Objektprüfung. Besonders profitieren Sie von einem umfassenden Finanzierungsvergleich, der Ihnen zusätzlich viel Geld erspart. Sichern Sie sich also durch den Erwerb einer Immobilie monatliche Einnahmen ohne Kapitalverzehr und beim späteren Verkauf einen lukrativen Ertrag. Welche Art von Immobilien, welche Standorte und welche Finanzierungsvarianten für Sie in Frage kommen und auf was Sie sonst noch achten müssen, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Immobilien, welche Standorte und 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 welche Bis zum nächsten Mal.